Moin Leute und Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, hier ist der Gervin und heute sollten wir wieder der Rechner Zelda Relics of the Past In der letzten Folge sind wir hier angekommen an dem ersten Schrein und dann versuchen wir mal unser Glück, ob es sich verändert hat oder nicht Das ist ein neuer Mod, das Relics of the Past wir unten rechts gerade eben gelesen haben Und ja, ich merke schon einen Unterschied, wie flüssig es läuft, weil dort halt weniger Detaillierungen sind, das ist fast gar nichts, will ich mal sprechen Wie auch immer, Relics of the Past ist wie im letzten Fall gesagt, ein richtig geiler Modus und ein Modus der vor 100 Jahren eigentlich war So wie es jetzt, so wie ihr es jetzt habt, dort waren nie, ähm, nicht die Monsters, sondern Menschen oder Tiere oder wie auch immer Und ja, ich freue mich schon, wenn ich, wenn ich in den Zug bist, die erste Animation, zack Und ja Zack, 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 zack Zack, 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 zack Zack, 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 zack Ich fick dich jetzt, man Ich fick dich hab ich gesagt, bam, bam, hab ich dich genommen, bam ich hab richtig kopf genommen du wichser wie gesagt ich fick dich ich habe noch eine kiste oder dann nächste weg nächste stupe die kiste bitte ein reißer bogen reißer bogen hat doch noch aber ist besser soweit ich mitbekommen habe gibt es 100 schreiner und wenn du den 120 schreien absolviert hast oder sogar schon am 100 120 schreien muss genau gegen dieses fieder kämpfen dann kommt aber dann legen der vielleicht noch selber also die grüne mütze mensch zeigt euch weil ich weiß bekommt man im moment diese legendäre für mir also stark aus spiel es ist weil er wünscht ist mein favorit für die wii einfach nur geil weiter fährt ja das war sie bekommen ich weiß ich weiß wie anderen verschreitet sind deswegen wochen das passt nein ich will nicht zu sein ich will nur meinen Parasäger, dass ich wieder da runter gehen kann ok oh hahaha ich weiß ob man dort den teleportieren kann aber ich brauche es gleich ich weiß wo die Teile sind und ich schreie deswegen ich nichts brauche hab ich das bam 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 die Teile sind in der Kiste oder so so Leute ein Opal für sowas gehe ich jetzt rüber oder was die haben nur drei Pfeile oder was ok dann ab zum nächsten wurde es extrem schwillig ich habe nicht gehört oder achso und wie ihr gesehen habt die Leiste war ja auch gerade Regenbogen für mich das bedeutet nichts anderes wie das ähm ich will nur noch warten nein hier warm warm oh so okay dann machen wir uns mal auf den Weg zu den anderen schreien so so wo die englisch sagt der National Seller Videos an Kapplers oder soll ich lieber ähm bei den National Seller Videos äh kappen ähm als Beispiel weiten Wege jetzt von dem einen schreien zu dem anderen gleich dort halt ein bisschen Kappentuch das hier dann halt ähm nur das Sehnsucht gleich dann direkt am anderen äh schreiben soll so ist es schon mal frei hast du's dieser alter Mann wo war denn ich kann ihn davon von Datenbogen geil Holzpfeiler hier steht tut mir leid aber ich brauche keine Eichel so ich brauche keine Eichel so ich brauche keine Eichel danke danke aber jetzt wird es bei mir ein bisschen fälter und ich muss was pressen sonst wäre ich hab ich auch noch eine Backe ja aber ich hab kein Schild ich hab im Moment noch gar kein Schild oh Feuerschwert geil aber brauche ich's doch nicht tut mir leid ich brauche keinen Fressen mehr ich bin auch zu behindert alter warum warum die hypotheere ich mich nicht denn wenn ich mich schlott hier dann bin ich doch eh schon draußen wie auch immer wie auch immer weil ich im Nachhinein immer klüger oder leute hey hier überlegt auf die Vergangenheit hier überlegt auf die Vergangenheit okay dann oh nein 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 ich bin auch immer scheiße Leute wir haben eine Fee eine Fee ist halt da rüber zack zack das ist ein normales Kletterer als du da hochkommst komm schon ne du hast für besseres Klettertempo komm schon ja da 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 zack 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 und direkt an den Asch voll hammer's auch ja ja alter mein Stimpf ja da verpiss dich doch ich will keinen Strahl abbekommen das war knapp Leute das war sauknapp oh mit einer und einer ok bei froder kann man sich verpfeiler aber das ist das gut fick nein 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 zwei zwei endexen keine ahnung ich habe er bewegt die stunde Oh, ich hab was heute rausgekommen. Ja, Mann. Ach, Scheiße. Nein, nein! Ich bin der Boss, Alter. Ich bin der Boss. Ja, wohin leuchst du, Mann? Ich laufe nach geradeaus, du Wichser. Ich bin nach geradeaus gelaufen, Alter, was macht der? Ja. Bitte hat er dort gespeichert, ne? Also sind es doch drei Leute und nicht nur zwei. Scheiße, ich hab mich auf zwei eingestellt, nicht auf drei. Bin ich euch ehrlich? Ach, ich muss noch hoch. Du musst mich verarschen, oder was? Ja, ne. Dann glaub ich, die brauchst du noch rum, Alter, das ist fertig. So, kann ich nicht laufen, das ist zu hoch. Jetzt muss ich mich jetzt wirklich teleportieren, Alter. Ich muss wirklich teleportieren? Sehr schwierig. Obwohl, ne, ich muss. Der größte Witz. Komm. Jetzt habe ich vergessen, im ersten Teil zu sagen. Und zwar, Semu, Wii U, äh, USB-Helfer. Und, ähm. Sowohl als auch dieses, ähm. Ne, das war's eigentlich. Äh, Relics of the Past, sorry. Den Download-Link, den gebe ich euch. Also den, den mache ich dann in meiner, ähm, Bio. Beziehungsweise in meinem Video beschreiben. Und so, und dass ich mich nicht teleportieren muss. Nicht laden, sondern speichern. So, Ladevorhang, abgeschlossen. Ich weiß auch noch nicht, was weiß ich. Einmal rüber, einmal rüber, keine Pause machen. Ja, du kannst dir hier eine Pause machen. Die Kleinigkeiten, die ich hab nicht gemacht, also. Ja, warum kannst du hier keine Pause machen, oder? Schick das mal. Ja. Ich weiß nicht, wie wenig noch gefehlt hat. Ey. Ja, und da kannst du stehen, oder was? Ist doch dasselbe. Ich versuche jetzt meine Bogen-Typen, äh, zu ficken. Für die Echse. Na, ich will schon mal schwein. Hm. Hm. Komm schon. Jetzt gibt es vier. Zeig dich jetzt. Wixern. Boom. 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 Ich hab dich gefickt. Und euch beide. Euch beide. Euch beide. Fick ich jetzt gleich mit allein. Ich hab' ich euch schon gesagt. Ja. Ich hab' ich euch schon gesagt. Okay, Leute. Dann. Erstmal das hier zerschießen. Ähm. Der nächste. Genau das wollte ich erreichen. Der ist einfach ein fucking Roller. Okay, wie komm ich jetzt da rüber? Ohne irgendwie ist das noch von da hinten, oder? Ich hab' wirklich keinen Bock aufs Kämpfen. Dein Einschlag, ich bin tot an Werfen. Ich hab' keine Rüste drin, ich hab' keinen Schild, ich hab' gar nichts. Nein. Ich weiß nicht. Ja, Digga. Ey, was kommt da noch? Dann muss ich hier auf diese Richtung, Leute. Dann muss ich auf diese Richtung, Leute. Und das kann ich sein, da nicht. Ich hab' nicht flert zu fahren, hab ich gar nicht verstanden. Okay. Da oben nehmen wir wahrscheinlich eine kurze Hilfe. Ich kann aber da ja nichts fahren. Da ist leider nichts rum. Ich muss dich auch nicht dran sein. Obwohl... Soll ich das mal anschleichen? Abgedacht. Oder Leute? Sollte ich das halt riskieren? Ich hab mich angeschlichen sonst hat er mich gehört. Oh man. Ich hab mich vollstatt. Ich hab noch ein Spick ins Bett. Ja verpiss dich. Ich will keinen Streit allein. Ich will mich nur... ... oder falsch gesagt. Ich will nur meine Volksstunde. Warum bist du mir gefolgt, du Wuranzorn? Alter, da ist es brutal. Ich hab nicht gedacht, dass es so schwer ist. Das bin ich wahrscheinlich. Wisst ihr Leute? Ich cut euch jetzt einfach. Bis zum nächsten Schrein. Bis gleich. So Leute, weil ich euch schon mal kurz zeigen wollte. Hinterm Wasserfall. Gibt es vier Kisten. Da hat ein Bruder mir gezeigt. Mit einem 49er Soldaten-Sperr. Und... ... ein Bestienbogen. Da werde ich jeden wegficken. Wo ich schnell meine Falschheit wieder nehme. 100 Pfeiler, glaube ich, oder sowas. 50. Wir gehen mal. Ähm... Ein ein Antiker Pfeil. Einen... ... und was ist der? Ein Antiker Riesniker. Ich würde es euch zeigen, wie es hinfügt hinterm Wasserfall. Und ja, bis hier noch fahren. Gleich weiter. So Leute, wir müssten auch gleich direkt beim ersten Stein, äh, schreiend sein. Aber ich würde achten, dass ich den langen Weg euch war. Ähm... Ich wollte euch nur sagen, dass... ... es brutal anstrengt, weil wir es gleich hier drücken. Okay. Bam! 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 Du hast ge-fick-tuchern so. So. Ja, der X-Frams ist auch noch weiter hinten. Egal, kommt den Weg nach, oder lauter Spreiche. jetzt ist die Fähne existiert vorgegangen wo ist das dort? wo ist das? eine Echse oder was? der ist ein Goldener da pisse ich mich erst dran wir sind halt wie die Brutale Goldene sind aber da kann ich mich irgendwie annehmen komm her komm her boy warm nicht geboten extrem viel naja und auch wenn scheiß auf ok dann gehts mal weiter aber wir müssen jetzt da sein wir müssen jetzt eigentlich ohne sein vorletzte ja da ist er ja schon hier runter hallo wenn ich hier runter geh sterbe ich ah scheiße und ich sag's und dann muss ich mach's ok nein nein ja wenn wir solche nicht benutzen ja wenn wir solche nicht benutzen er hat keine ahnung mir die Waffen benutzen tut man da da das ist ein scheiß arme brauchen wir nicht dann dann ich denk das ist der ne der Statismodul glaub ich bin mir nicht sicher ich glaub's das ist das ist das ok dann man mit mir das ist ein strach übbar guck mal ... etwas Ich bin ein Schraub, ich bin ein Schraub. ein reise schiff ich habe wichtig zu schweiß stein dann probieren wir aber was fix jetzt bam und haben wir es ich muss mir den fels nicht bewegen gar nicht bewegen und ich schreibe weniger wie eine mutige schaffte macht es einfach noch aber ich glaube ich habe ich von der kiste immer egal haben wir so gemacht die mit bedienst erfüllt möge die göttliche jahre die bei stehen einstehen ach keine ahnung ich verspreche und da zeige ich euch mal was du krieg 17 kann jeder machen zu deinem normalen und das ist jetzt nicht gegen die kraft abhängig sage ich euch mal verwirrt es ist jetzt schon einfach irgendeine wache oder irgendeine wache halt aufgeteilt hier nimmt es Okay? Und... Hallo? Hier ist es auch noch. Komm schon! Hä? Ich will mich jetzt verarschen, Alter. Und dann nehme ich dich wieder in den Eishammer. Eigentlich wird es halt so. Ich glaube schon... Du hast doch die Kraft, Mann. Scheiß drauf, Leute. Aber normalerweise kann man das wegschieben. Nicht mehr in die Klamour holen. Kann auch sein, dass man Schallschmerzen hat. Ich glaube aber... Wir haben alles von der Animation, deswegen hängt es. Warte, bitte nicht wundern. So. Ui, ich wollte da schon ein Hünder springen. Warte mal, warum muss ich den Hünder springen? Kann hier doch noch ein... 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 ein Schweinschirm. Aber da vorne... ... ist eben auch gleich. Ah, ich hab mich auf meine Aufforderung. Geil. Geil. Okay. Ein bisschen was zu spielen über oben rum. Ein weißer Trick geschaffbar, ne? Glaubt ihr es mir? Nein? Wie wurde es mir? Ja, verpiss dich! Ich will hier einfach Bomben auf mich werfen. Jugo-Anzander. Alles von meinem Klamm aufbauen. Haben wir nur noch. Gut. BAM! BAM! Jetzt füge ich dich für den Klamour. Geil. Geil. Ich brauche darauf championships. Tschüss! Das Ei will nicht weit von dir Ich bin der nicht weit von dir. Ich würde versöten, aber das war's nicht mehr. Wenn ich gut zu Feuer schaue, weiß ich wenigstens nicht die ganze Zeit. Komm! Du warst die besten Bogen, wenn ich mich vermisse. Bam! Du bist wieder, Freunde. Bam! Oh mein Gott! Okay. Wie gesagt, ich füge dich. Boom! Perfekt! Ich bin so stark, aber ich bin so füge dich. Ich bin so stark, aber dort, dort eine Kiste, wo ich mich beschützt worden bin. Achtung, jetzt nur Scheißdrecken. Wenn er jetzt wirklich einen Scheißdrecken lassen, er läuft dran. Ach, Bombenfall. Okay, das ist ja schlecht. Okay. Ab zum nächsten Teil. Ui. Ui. Ihr werdet zwei. Die erste ist jetzt letztendlich wie die hier jetzt. Aber trotzdem kann man sagen, es ist eine längere Folge. Äh, aber die ist eindeutig viel länger wie die hier. Da oben. Ich denke, der schreie nicht so aus. Ich denke, der schreie nicht so aus. Wenn es beschützt wird, dann haben wir schon gute Nachbar. Und ich finde es immer gut, äh, alles offiziell zu haben. Ich bin nicht so aus. Ich bin nicht so aus, wenn ich mich beschützt habe. Ich bin nicht so aus. Ich bin nicht so aus. Okay. die leute dann ich eigentlich schon noch einstein zu bin ich drauf gekommen egal leute dann würde ich sagen das war in diesem platz hier vorne mit der nächste schreien sein dort werde ich schon mal hinlaufen und dort die nächste folge starten dann wie gesagt wenn ihr abonniert nicht die glocke vergessen wir speichern jetzt hier sicherheitsweise vor irgendwas passiert ich bin schon drei oder vier mal direkt leute ich weiß nicht direkt wenn zwei drei vier mal und so weiter und vorgleich mein erneut dann was wie das video gefallen bis zum nächsten part